Die X-Men Wir brauchen deine Hilfe. Dann sag dem, der dich geschickt hat, ich hab zu tun. Die Person, die mich geschickt hat, warst du. Nur gemeinsam können wir diesen Krieg beenden. Du bist Biest? Keine Ahnung, wovon sie reden, aber... Ziemlich stark für so ein dünnes Kärtchen. Ich sagte, sie sollen gehen. Du und ich, wir werden gute Freunde. Du weißt es nur noch nicht. Wir brauchen Mystique. Wieso? Du bist ein kaltherziges Miststück. Spricht dich nur aus. Wo ist Magneto? Dieser Mann ist ein Monster. Sein Gefängnis liegt hunderte Stockwerke unter dem am schwersten bewachten Gebäude auf diesem Planeten. Ich kenne da einen. Er müsste jetzt ein junger Mann sein. Der ist faszinierend. Er ist eine Nervensäge. Gefängnisausbruch? Das ist doch illegal. Nur wenn man erwischt wird. Charles. Freut mich auch, dich zu sehen, alter Freund. Na, das kann ja heiter werden. Es gibt einen neuen Feind da draußen. Für diesen Krieg werden sie eine neue Waffe brauchen. Alles, was jetzt geschieht, liegt in deinen Händen. In der Zukunft werde ich es schaffen. Nein. Manche Leben werden immer bedeutender sein als andere.